Ah, seh ich ihn doch. Ah! Ein kleines bisschen daneben. Ich wichse ihn ein bisschen zu viel, hab ihn aber trotzdem. Ich kann auch Blendgranaten schmeißen, aber... Ich seh die alle nicht. Da oben. Zack! Ah, okay, ein Stück zu weniger. Jawoll! Jetzt geht's rund. Perfekt. Da haben wir meine Blendgranaten. Nutzer-Sicherheit, mein Equipment. Was hab ich denn noch dabei? Eigentlich hier so Drohne. Sensor. Sensor ist nicht schlecht. Richtig weit schmeißen. Ah, schau niemand zu stehen. Du musst nicht über die offene Straße verrücken, das kann gefährlich werden. Und Zivilisten, komischerweise. Was sind die denn alle? Schieß doch, wie die Bekloppen. Oh shit, das Auto kann explodieren gleich. Ich bin unterwegs. Inlegen runter. Inlegen runter. Okay. Wenn ihr es sagt. Wir müssen zu dem Fahrzeug. Los. Ich bin schon da. Sicher den Bereich. Da sitzt einer. Der Sensor macht sich bezahlt. Ich kann ihn da nicht sehen. Das muss mein Team machen. Da in sich ein. Jawohl. Was haben wir denn da? Shit. Komm mal hier weiter vor. Was ist denn da irgendwie mit diesem Namen wie ausschalten? Frag mich nicht wie. Da sitzt nur einer. Jawohl. Ich habe einen von rechts gehört. Der schießt auf mich wie ein Bekloppen. Beide auf einmal. Nice. Das Auto war hier hinten, soweit ich mich erinnere. Naja, sagt weiter hier lang. Dann schauen wir mal, was da so drin ist. Doch, ihr solltet da weggehen. Ja. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Au. Shit. Oh. Hunter, hier rüber laut. Hören Sie mich. Hunter, hier rüber laut. Hören Sie mich. Kommen, Hunter. Hat es einen erwischt? Nope. Sehr gut. Was ist ein Mist. Händler weg. Los, los. Hm. Da haben wir noch einen Elikopter. Bewegung, Leute. Hoffentlich können wir den Händler schnell ausfindig machen. Wir haben es gleich los. Okay, vorwärts. Oh, die Brofist. Wir haben den Händler identifiziert. Sie ist Russin. Katja Pugowa. Es ist eine Frau? Da lag ich mit Weib doch gar nicht so falsch. Wir tun alles, um mehr herauszufinden. Aber wir haben schon genug, um uns Sorgen zu machen. Berichte bringen Sie mit einer Import-Export-Firma in Verbindung mit Kontakten zu kriminellen Elementen. Diese Leute sind sehr gut darin, Dinge verschwinden zu lassen. Waffen, Geld, Leute. Wenn sie untertaucht, würde es eine Menge Zeit kosten, sie wieder auszugraben. Die DIA mischt mit und die NSA hat eine Akte. Aber es geht nichts über ein persönliches Gespräch. Wir brauchen Sie leben, Gentlemen. Sagen Sie das den Nachbarn? Das reinste Wespen-Nest. Scheinbar will jeder, der eine Waffe hat, mitspielen. Sie müssen aufräumen, bevor sie sie stoppen. Und sie müssen sie stoppen. Unsere Vögel schaffen es nicht, sie bis nach Afghanistan zu jagen. Passiert sie die Grenze, ist sie weg. Verstanden, Overlord. Wir sind dran. Alles klar. Oh, ich sitze an meinem Geh. Fuck yeah. Eskorte ausschalten. Da haben wir die Eskorte. Aha. Eins. Zwei. Perfekt. Zivilisten verschonen wir natürlich. Na komm. Yeah. Wow. Eieieiei. Nicht hier im Expan. Wir können die Dinger nicht so leicht abfangen. Ja, ich bemühe mich drum. Okay. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Puh. Das war knapp. Noch sind wir dran, noch sind wir dran. Komm, flieg um den Berg herum. Oh, den haben wir gleich runter. Dreh den Vogel. Ah, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ah, nochmal drehen. Ja, komm. Ja, voll. Heli-Town. Also noch mehr. Jetzt bin ich gespannt, wie halten wir die auf? Sehr schön. Wow. Haben sie. Sie sind doch hier vorne schon gelandet. Perfekt. Gute Arbeit. Jetzt müssen wir irgendwo noch landen. Ich hoffe, wir haben hier keinen Hinterhalt oder sowas. Sie ist eingekreist. Sichert den Bereich. Los, Bastiale. Waren hier doch überhaupt keine. Komm hier nach Leia. Direkt vor uns. Fass sich der Hinterweg. Sie bewegt sich. Jawohl. Genau so. Alles in der Luft jagen. Da kommt noch mehr. Fällt der da schon tot aus dem Wagen? Ja, komm. Bringt das Toll zum Explodieren. Läuft. Yeah. Leia. Okay. Ja, die habe ich ganz gut verschwendet. Ja, komm. Schlägt doch hier aus. Ja, shit. Ich habe leider keine Explosivengranaten dabei. Ich kann da immer nur eine Blenderanatien pfeffern. Ah, Gott, 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 Gott. Oh, Granate, Granate, Granate. Voll. Okay, ich muss hier weg. Ich stehe unter starken Feuer. Ja. Ah, das Ding nicht mal ausschalten. Der kommt erst mal schon in der Luft. Da guckt eine Granate auf mich. Windgranate auch noch. Eieiei. Egal, nix. Bisschen schwer. Boah. Puh. Knappe Sache. Nein, die haben mich. Kann nicht wahr sein. Dieser Hamt wieder vorne hat mich genervt. Keiner hat sich auf den konzentriert. Gegner überall. Geblendet war ich auch noch. Kommt alles Gute zusammen. Okay. Jawohl. Ich rück extra mal hier ein bisschen weiter vor. Damit ich die besser abfangen kann. Links, Gegner von links. Ja, sauber. Der fällt dann wieder tot raus. Ach ja, die kommen alle von hier. Hier kann ich die direkt aufs Korn nehmen. Ja, das war genial. Willkommen zur Verstärkung. Jawohl. Hier wäre die Sniper besser. Ist ja mal keine Soundsteiner drin, oder so? Ja, das wäre ein bisschen zu einfach. Genau, nimm die mal ordentlich unter Feuer. Wunderbar. Sehr schön. Jetzt nimmt man die Lampe unter Feuer. Jawohl. Ich glaube, hier ist mir einer zu nahe gekommen. Ja. Senngranate, Sensor. Jawohl. Mit dem Elikopter ist das gar kein Problem. Was ist denn da hinter mir? Zwei. Wer lebt denn noch? Vorne lebt nur einer. Denk ich hab ihn. Alles klar. Der lebt immer noch. Gott. Eieieieiei. Dann schauen wir mal nach. Gehst du hier drüber? Hallo? Hallo? Sollte da schleunigst raus. Wir haben sie. Sie lebt noch. Overlord Hunter. Volle der Quelle. Roger Hunter. Bringen Sie sie her. Jawohl. 98. Das ist doch mal genial. Das ist doch mal genial. Damit kann ich leben. 98. Wow. Na gut. Das ist mir auch nicht so schwer. Die Ziele in Ruhe ausschalten über die Dach. Läuft. Dann mal auf zur nächsten Mission. Wie gesagt. Die Ladezeiten könnten ein bisschen kleiner sein. So viel Max Payne wäre das genial. Und falls ihr es nicht wisst, Leute. Ich zog gerade auch noch Diablo 3 und Max Payne 3. Ich hab's sogar schon fast durch. Müssen wir das wirklich tun? Wenn es dich nicht für das Ziel halten soll. So ein Scheiß kann auch nur das Verteidigungsministerium kaufen. Babysitter. Alter Frau Schönheit. KOSAC. Verifizierungscode. Alpha 2-Niner Yankee 7. Ghost Lead. Verifizierungscode. Whisky Bravo 4-1 Foxtrot. Pepper. Verifizierungscode. 1-6 Hotel Mike 3. Ich probier's. Hey Dickerchen. Queen of England. Jetzt denkt er, das ist... Oh oh. Oh oh. Hey, 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 hey. Verifizierungscode. Charlie 1-2-1 November. Jesus. Mist, ich hab Queen gesagt, hm? Das ist ab jetzt dein Name. Tja. Sie hat ihn noch fast platt gemacht. Prugava, ehemals russischer Geheimdienst mit vielen Verbindungen. Es wird also dauern, bis wir wissen, für wen sie arbeitet. Keine der Optionen sieht vielversprechend aus. Niemand von uns ist gern in Russland, aber wir gehen, wohin man uns schickt. Diesmal weist die Spur dorthin. Nach unseren Erkenntnissen haben Plugavas Leute eine verlassene Wetterstation an der norwegischen Grenze als Sammelpunkt genutzt. Die Station teilt sich in zwei Bereiche, mehr wissen wir nicht. Alles, was Sie rausfinden können, hilft. Bringen Sie also Daten über die Anlage und dann schalten Sie sie aus. Endgültig. Machen wir doch glatt. Okay, dann schauen wir mal, was wir für Waffen mitnehmen. Der Warhound ist eine selbstgetriebene mobile Artillerie mit genug Feuerkraft, um Feindstellungen auszuheben und dient zugleich als Deckung. Okay, LB für den Waffenmodul, für das Waffenmodul. Mein Gott, nee, für das Waffenmodul. Und RC, um die Möse abzufeuern, LT, um eine Rakete abzufeuern. Und die kann ich sogar noch lenken, wow.